So, willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network. Und was ist letztes Mal passiert? Ja, er hat uns eine E-Mail geschrieben und wir sollten sie irgendwo in ihrem Haus treffen. Dachte ich. Und dann doch nicht. Home-Room vielleicht in der Schule. Mein Gott. Ihr könnt euch auch nicht. Oh, trifft mich in meinem Hausraum. Ja, Hausraum. Ich glaube, der besteht eigentlich im Haus und nicht in der Schule. Belehren benutzt auch dort das Wort. Oh, das ist doch schön. Egal, so kann man natürlich auch seine Zeit verbringen, indem man sinnlos durch die falschen Klassen läuft. Und... Miss Marie Star, Dex, Meilu und ich die Nebencharakter. Ja, aber... A Kind was kidnapped by Cluster B.R. Water now. Was sollten wir ihn machen? Okay. Turned out Missing Meilu, who's was kidnapped. You have to look for him. Okay. You better help or one call. Your name. Achso, Home-Room. Good luck. Achso. Ah, ich verstehe. Ich soll dieses kleine Kind jetzt finden, weil ich eine Überheld bin. Ich hab ja super kräftiges Zeitlern. Aber... Nun ja. Und ansonsten sagt ja, mein Name ist mir nicht mehr im Home-Regen. Warum kann mir das nicht unter die Comments schreiben, wenn ich mich verlesen hab? Was macht das für ein Geräusch? Eine schwere Frage. Okay, gehen wir jetzt Waterwork. Okay. Äh, dahin, ja. Gov Pass. Sub. Use a Gov Pass. Pass. Und wonder why there is no water. Let's check it out. Okay. Dann sollen wir doch echt hier ins Wasserwerk. Glaube ich. Hoffe ich. Meine ich. Vermutlich. Hallo. Ich bin hier ein unwichtiger... Äh, ich bin hier ein wichtiger Charakter. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ich muss nach Bielefeld. Ist hier irgendwas was? Oh. Der ist ein Typ. Ich glaube, ich spreche immer an. Äh. Sehr for so check out of the world. Need a need. Achso. Äh, brauchen Sie einen Check vom Wasserwerk. Oh, Sie sind ein offizieller Netbettler, richtig? Ich verstehe. Äh, wenn Sie... If you could show... Also, können Sie mir Ihre ID-Card zeigen? Hier. Ich sehe. Äh, benutzen Sie die ID-Card für den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl... ... wird Sie automatisch in die Werke bringen. Danke. Was? Ein Kind... Was macht ein Kind wie du hier? Geh mir aus dem Weg. Was macht ein Kind wie du hier? Ich bin genauso groß wie du. Komm, verpiss dich. Tja, ich bin Ultraland. Äh, was ist dein Problem? Are you a kid, you know? Du bist ein Kind, weißt du das auch? Aber warte. Was habe ich da gehört? Ein offizieller Netbettler. Sie bekämpfen die Netkriminalität. Ist hier... Also, ich habe sowas schon mal hier vorgehört. Äh, what they can want isn't that cool. Achso, aber sie können, weil sie wollen irgendwas machen und dann ist das richtig cool und so. Ähm, I wonder if the kids Navy they use. Achso, ich frage mich, welches Navy das Kind benutzt. Wen interessiert es? Lass uns die Wasserwerke checken. Sorry to keep... Achso. Bist du ein offizieller Netbettler? Ich kann da nicht rein. Bist du ein offizieller Netbettler? Kann ich da ein Etikatz sehen? Oh, du hast keine Dank. Kann ich dich nicht hineinlassen? Hm. Was machen wir? We can find the problem. Pump into... Wir brauchen ein Etikatz. Microcam. Ist hinten hier etwas Tolles? Nein. Oh, Fernsehen. Ich muss kontrolliert werden. Ich gehe jetzt automatisch damit rein. Ja, danke. Ich glaube, ich weiß noch, wo die ID liegt. Nein, da nicht da, nicht da, nicht da. Hier im Spind. Hm, hier vielleicht irgendwas? Nee. Da sind eine Menge Files, Dateien hier. Im Kühlschrank vielleicht. Da ist Nothing Inside. Oh, man kann sich auch nicht einloggen. Oh, die ID ist der Doktor Hikari. I know. Ich brauche das nur Schnipp-Schnapp. Science ID... Lab... ID... Port Card... Lab... Ja, ich habe heute wieder mein Problem. Ein Elevator Switch, der... Los, lass uns in die Lobby gehen. Ja, jetzt habe ich eine ID-Card. Ja, ich klaue Sachen von meinem Vater. Dem habe ich auch schon einiges geklaut. Die Uhr, Geld, das Auto. Ja, so ist der ein halt. Und der hat alles zerstört. Okay, los, lass uns den Dingsraum checken. There's water broken coal. Wir sind gleich schon in unserer nächsten Map. Auch große rote Tütt, kleine blaue Tütti. Schade, nur Stuff ist hier erlaubt. Okay, zu groß Gebiet. Nur Stuff here only erlaubt ist. Oh, ja. Und bis die Nebencharaktere, die alle gleich aussehen... Oh, ein Typ in einem blauen Anzug. Was tust du hier? Hier ist nur... Äh... Sie sind nur Mitarbeiter erlaubt. Ähm... ACD Town... ACDC Town hat kein Wasser... Oder die Wasserversorgung hat gestoppt. Yeah, I know. Äh, looks like you know. Achso, er sieht aus, als ob es er ist. Wir haben einen Fehler, ein Bug in dem Pump-Programm. Wir tun unser Bestes, um diesen Bug zu vernichten. Oder... Nicht vernichten, zu entfernen. Und ich will es so schnell wie möglich fixen. Achso, hast du den Plan der World 3 gehört? Aber... Sie... Sie... Thanks for coming. Achso, tell... Don't tell us. Danke, dass du gekommen bist, um uns das zu sagen. Sure. Äh, sicher kein Problem. Äh... Why? Wieso machst du nicht eine Tür, solange du hier bist? Okay, eine Tour. Was willst du und ich den Nebencharakter? Du vielleicht noch. Die Gluggetz hier guckt auf sein Panel. Auf sein Kontrollfeld. Äh, ja, schön. Okay. Mal gucken. Vielleicht ist hier noch was Schönes. Dein Sitz auch noch nicht. Hey, da kann ich rein. Wow. Wo bin ich hier? Was soll ich zu mir sagen? Das ist das Wasserfilter-Areal. Es pumpt klares Wasser hier raus. Und dann dadurch sind wir toll halt. Oh, das ist ja der eine... Dings. Oh, das ist... Oh. Äh, wer bist du? Ich bin beschäftigt. Lass mich allein. Hm, hm. Beschäftigt. Kein Durchgang wahrscheinlich. The door ist verschlossen und lässt sich nicht open. Erst. Ach, kommen wir hier noch lang? So, und was ist jetzt hier die Aufgabe? Lass uns alle Turm unternehmen. Warte, wie? Warte, wie? Warum gucken? Ich denke, dass was du jetzt wollt, in Ordnung sein. Lass uns ein bisschen rumgucken. Mein Gott, was muss ich jetzt tun? Ich bin verriert. Okay. I don't short attach. Was ist das? Äh, is also broken. Ja, schön. Dann lass uns eine Turm machen. Ein elevator switch, use the ID card. Äh, Lan. Findest du das nicht auch etwas verwunderlich was? Ich meine... Why could... Warum kommt ein Netbittler, um einen Bug zu entfernen? Äh, es fehlt nur Wasser. Äh, it isn't going to easy to... Achso, es ist nicht einfach, das zu fixen. Äh, zu reparieren. Ich denke auch so. Aber lass uns trotzdem... Checken, dass keiner irgendwas verlässt. Okay, now find the place, signed ID. Muss ich jetzt hier runter? Keine Ahnung. Was will der jetzt? Let's hide to try into the net, please. Ja, was willst du machen? Egal. Oh mein Gott, diese ewigen Laufpassagen. Boah, ich bin immer noch erkältet, wie man vielleicht auch manchmal hört. Möchte jetzt mit mir reden und... Nein, was ist das? Lass mich in Ruhe, ich bin beschäftigt. Nein, da haben wir nichts. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Hier kann ich mich nicht einloggen. Hier steht irgendwas, das darfst du ... Nein. Und jetzt in den Raum dahinter vielleicht. Oh ja. Eben komme ich nicht rein, weil... Das gute Gewissen ist ja da. Spring Water Program. Aber jetzt... Jetzt... Aber jetzt... guck mir keiner mehr zu tun. Mega Man hat Land überzeugt. Mega Man ist nämlich als Warebäse. Okay... Was soll ich hier tun? Let's see how to try everyone in the net into the net and try to get into the net, everyone leaves. Was? Ich weiß was ich tun soll! Lachenlos durch die Gegend laufen. Ich würde sagen, ich mache gleich Schluss für Neros. Was wir machen, dann sehen wir uns morgen wieder. Da hören wir uns morgen wieder. Bum dum dum dum. Der, hier kann man sich einloggen. This water cooler is broken. This water cooler but with no water. Achso. Someone drinks. Ne, sind auch nur drinks. Okay, dann würde ich sagen, macht heute hier Schluss. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Klonschaft 31. Ciao! Ciao!